Yo, yo, was geht? Ich bin's wieder, euer Mirosch am Start und heute mal ohne FIFA-Content, sondern mit einer Darts-WM 2021-Prognose. Wir gehen in diesem Video jedes Spiel durch mit ein, zwei kleinen Kommentaren und gehen mal die WM bis zum Finale durch und gucken, wer Weltmeister wird. Legen wir direkt mal los, um keine Zeit zu verlieren, weil das so oder so lange dauern wird. Das erste Spiel, Ryan Murray gegen Lawrence Illigan. Ich gehe mit Murray. Ich denke nicht, dass der exotische Teilnehmer aus den Philippinen gewinnen wird. Dann gehen wir weiter. Was haben wir jetzt? Ricky Evans wartet in der zweiten Runde auf Haupai Puha oder Maike Mansell. Ich denke, eigentlich Mansell, aber wir gehen mal mit Puha. Warum nicht? Gehen wir mal direkt durch. Wayne Jones gegen Kieran Teehan, aber das sollte, denke ich mal, Teehan gewinnen. Auf jeden Fall ein sehr oft strebender Spieler, Teehan. So, John Henderson gegen einen Finnen, gegen Marco Kantele. Wir wissen alle, dass Kantele was drauf hat und Hando oft Schwierigkeiten hat, aber Jungs, Mädels, ich denke, Big Hando sollte das Ding auf jeden Fall reißen. Keegan Brown gegen Ryan Meikle. Ein sehr, sehr nice Spiel. Keegan Brown, der ja in Zeiten von Corona als Krankenpfleger wiedergearbeitet hat, wird sich das Ding auch holen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Claire Marker gegen Karol Lissen, den Südafrikaner kenne ich nicht. Soll jetzt nicht heißen, dass er nicht gut ist. Er wird nicht ohne Grund bei der WM sein, aber wir gehen hier mal mit Claire Marker. Sorry, falls ich einen Namen ausgesehen falsch schreibe. Dann gehen wir mal Paul Lim gegen Luke Humphreys. Ein sehr, sehr nice Duell. Luke Humphreys, Jung gegen Alt. Paul Lim, die Legende. Ich würde Paul Lim gönnen, aber Humphreys hat, denke ich, einfach mehr Hunger. Und dann haben wir noch als letztes Spiel hier oben. Was haben wir da? Wir haben Dirk Tellnickes gegen Nick Kenny. Was geben wir? Das ist eine 50-50 für mich. Aber ich würde sagen, Kenny macht's. Der Waliser macht's. Dann gehen wir jetzt in die obere Hälfte, Teil 2. Wir haben ja ein 96-Teilnehmerfeld. Die Top 32 sind ja erst in Runde 2. So, Jason Lowe gegen Dmitri Gorbunov, dem Russen. Da gehe ich mit Lowe, obwohl ich Russe bin. Aber das wäre schon, glaube ich, ein ganz dickes Ding. Devin Peterson wartet auf Steve Lennon. Definitiv. Und Toru Suzuki gegen Madars Lasma. Lasma. Kein Lasma, auch kein Plasma, sondern Lasma. Und der wird's auch machen. Bin ich mir sehr sicher. So, dann haben wir den Edgar gegen Kuivenhoven. Komm, machen wir mal Kuivenhoven. Aufstrebender Spieler. Kann sich das Ding durchaus holen. Ich denke aber, viele werden auch mit Edgar die Rechnung machen. Dann gehen wir weiter. Rob Cross, Gegner wird sein. Safe. Safe, safe. Duivenbode. Duivenbode. Also, sorry, falls da jetzt ein Fehler ist. Ja, der ist ja schon. Da fehlt ja schon mal ein J. Ist es richtig? Ja, ist es richtig. Glaube ich. So, Adam Hunt gegen Lisa Ashton. Eine der Damen, die in dieser WM teilnehmen wird. An dieser WM teilnehmen wird. Aber sie wird leider gegen Adam Hunt den Kürzeren ziehen. Hunt, der ja gegen Gaga Clemens gewonnen hat neulich. Leider, leider. Aber der hat Hunger. Der ist zwar sehr ruhig auf der Bühne immer, aber der hat Hunger. Auch Comeback-Qualitäten. Und ich glaube, gegen Lisa Ashton wird er das Ding durchziehen. Diogo Portela gegen Steve Beaton. Ein nices Spiel, wo Beaton, denke ich, wenn er einen guten Tag erwischt, weiterkommen wird. Adrian Lewis wartet auf, aber ganz, ganz safe, Damon Heater oder Damon Hatter, wie man ihn nennen mag. Bin ich mir jetzt auch sehr sicher, dass er das Ding machen wird. Und schon geht's in die untere Hälfte 1. Der Weltmeister Peter Wright wartet auf Steve West. Steve West. Ich denke, Amit Gilitwala aus Indien wird es nicht packen. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Disco hier drin. Warum nicht? Ich lasse das drin. Gaga Clemens. Ja, Andy Hamilton gegen Nico Kurz. Also deutsches Duell in Runde 2. Ja, wird es auf jeden Fall geben. Kurz holt sich das Ding, auch wenn gegen Andy Hamilton ein sehr, sehr spannendes Spiel wird. Aber ich glaube, Nico Kurz ist ein richtig Giftiger. Der hat Bock auf die WM nach seinen krassen und tollen Darts. Letzte WM. Der kommt hier zurück. Leider sehr, sehr schade. Dann haben wir ein deutsches Duell, sprich von den drei deutschen Teilnehmern. Wird wohl oder übel im Idealfall in der zweiten Runde einer ausscheiden. Schade, schade. Ryan Joyce gegen Karel Siedlerczyk aus der, ja, aus Tschechien. Der wird aber leider wieder aus London abreisen müssen, wenn es nach meiner Prognose geht. Darius Labanauskas wird sich das Ding safe wollen. Labanauskas. Das ist auch so ein Ding, der liebt die große Bühne, die WM. Da kommen seine litauischen, super natürlichen Kräfte heraus. Und was haben wir dann noch hier? James Wade wartet auf James Bailey oder Kellen Ritz. Ich gehe mit Bailey. Ich muss ehrlich sagen, beide Namen sagen mir nicht so viel. Aber ich denke, Bailey wird es machen. Steven Bunting auf 26 geführt. So gut hält er sich noch. Nicht mehr so viel Gutes von ihm gesehen in letzter Zeit. Gegen Andy Boltman oder Dieter Hedman. Boten zieht, denke ich, da nochmal den längeren. Ian Diamond White. Der Typ, der sich immer so schwer auf den großen TV-Bühnen tut, wird gegen wen spielen? Ja, das wird schon auf jeden Fall Kim Heibrecht sein. Nein, ich denke nicht, dass Dijuang oder wie man... Ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber. Chinesische Namen sind nicht meine Stärke. Ich denke, da wird er gegen Heibrecht den Kürzeren ziehen. So, letzte Partie von diesem Feld. Wen haben wir da? Ryan Searle, den... Oh, wie hieß er? Heavy Metal? Heavy Metal oder Rockstar? Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Aber Ryan Searle mit den schwierigsten Darts. 32 Gramm, soweit sind wir. Wird sich das Ding safe holen gegen Danny Lowby oder Lowby. Und so gehen wir auch in die untere Hälfte Teil 2, sprich ins letzte Feld. So, wer wird Gervin Prices Gegner? Luke Woodhouse oder Jamie Lewis? Ich gehe mit Woodhouse. Auch wenn er in letzter Zeit, meine ich, relativ unkonstant gespielt hat. Sorry, dass die Schrift hier schon so klein ist. Mike Dedecker gegen Edward Choji. Da wird der Belgier das Ding auf jeden Fall reißen. Jose de Sousa, ja, frischer Titelgewinner. Das World Grand Prix müsste das gewesen sein. Gegen Ross Smith, ja. Das wird auf jeden Fall ein nices Spiel. Ich denke, Ross Smith wird gegen David Evans gewinnen. So, der dritte Deutsche im Feld gegen Mervyn King in nächster Runde, der jetzt natürlich ein ganz dickes Ding beim letzten Turnier im Finale gespielt hat. Hat Peter Wright besiegt, auch wenn Peter nicht so ganz bei Sinnen schien. Ganz, ganz knapp verloren im Decider-Lag gegen MVG. Wird es mit, ja, keinem geringeren als Max Hopp, dem Maximizer, zu tun bekommen. Der wird gegen Gordon Mathers, wenn er die Doppel trifft und konzentriert bleibt, auf jeden Fall gegen Mervyn King antreten und gegen Gordon Mathers gewinnen. Max, ich drücke dir die Daumen. Du machst das. Nathan Espinel wartet auf Weights. Dann Vincent van der Voort, auch ein Urgestein, wird es mit, uh, Klitschmann gegen Meulenkamp. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Ding. Klitschmann mit gutem Auftritt neulich, aber ich denke, Meulenkamp wird sich das Ding holen. Auf jeden Fall nochmal, sorry, falls ich es noch nicht gesagt habe, dass die Schrift zu klein ist. William O'Connor gegen Nils Sonnefeld. Äh, O'Connor. Der ist auch immer schön dabei bei dieser Europameisterschaft für Irland. O'Connor, guter Mann. Man, ey, immer diese Fehler hier mit dem Text einfügen. So. Chris Dobie gegen Jeff Smith oder Keane Berry. Ich kenne ehrlich gesagt beide nicht. Gehen wir mal mit dem Kanadier. Warum nicht? So. Wir gehen wieder ganz nach oben. MVG gegen Murray ist, denke ich, äh, relativ klar, dass wir hier, mach ich mal kurz, Schriftart. 25, können wir noch? Komm, wir machen mal 30. So. Van Gerwen. Van Gerwen, so. Bei den so vielen Namen. Ist das dann auch ein bisschen, äh, ja. Ja, ich trinke mal lieber ein Schlückchen, die Stimme wird schon kratzig. So. So. Bei Puga gegen Ricky Evans, den Mann, der so schnell die Pfeile wirft, der wird das Ding auf jeden Fall machen, auf jeden Fall machen und freut sich, denke ich, bedingt auf sein Duell in der dritten Runde gegen MVG. So. So, Cullen wird es definitiv machen gegen Teehan. Cullen einfach viel zu gut drauf zur Zeit. Johnny Clayton gegen Hando. Ja, das ist eigentlich auch, wenn man die jetzige Form betrachtet, ganz klar, dass Clayton da gewinnen wird. Hando mit vielen Problemen, aber hat heftig abgenommen, Props daran. So, Chizzy gewinnt gegen Keegan Brown und trifft auf Clermarker oder Danny Noppert. Noppert ist gesetzt, aber ich denke, es ist ein 50-50-Spiel. Aber komm, wir gehen mit Noppert. Nopperts erstes WM-Spiel, das geht also in diesem Jahr natürlich. Das packt er, das packt er. Was haben wir noch als nächstes im Angebot? Ja, Vandenberg gegen Humphreys. Nices Spiel, aber Vandenberg in der Form der letzten frischen paar Monate, wenn er so weitermacht, definitiv ein Aspirant auf ganz, ganz weite Runden. Und er wird gegen Vati Mena spielen. So, wir kommen jetzt in die nächste Sektion. Aha. Ja, hier wollen wir aber am liebsten auch wieder auf die 30. Das hat ja gut geklappt. So, fantastisch. Ja, Michael Smith, der Bullyboy, wird hier, denke ich mal, problemlos gegen Jason Love. ins Turnier kommen und tritt dann auf, hoffentlich, Davin Peterson. Ein sehr, sehr sympathischer Spieler, meiner Meinung nach. Hat wirklich, also nach dem Spiel gegen Peter Wright beim World Grand Prix, müsste das gewesen sein, nach dem Sieg in der Gruppenphase. Echt sehr rührendes Interview. Auch generell einfach geiler, sympathischer Kerl. No homo. Also, ich wünsche dir viel Erfolg bei dieser WM. Gary Anderson gegen Rasma. Ich drücke Anderson die Daumen. Ich glaube, der wird sich aufrappeln. Ich denke, bei der WM wird er sich jetzt nicht gegen Rasma gleich den Auftakt verderben. Und hoffen wir mal, dass er nicht die Karriere beendet nach der WM. Und hoffentlich läuft die WM auch gut für ihn. Menzo Solvic, viele Schwierigkeiten, oft nicht da gewesen wegen Corona. Einer der Corona-Verlierer leider gegen Mike Klöwenhofen. Komm, Menzo. Ich gehe mit dir. Auch wenn ich denke, dass Klöwenhofen alle Chancen hat, sich zu besiegen, drücke ich natürlich dir als Österreicher die Daumen, als Deutscher. Hoffentlich packst du das. Hoffentlich hast du zu Hause gut trainiert. Du packst das, mein Lieber. Rob Cross, der ehemalige Weltmeister, zieht hier hoffentlich gegen Duivenbode problemlos weiter. Auch ein sehr sympathischer Spieler. Auch sehr abgenommen. Also, der Abnehm-Tram geht weiter. Jamie Hughes gegen Adam Hunt. An guten Tagen, Jamie Hughes. Erstes WM-Spiel, aber ich gehe mal mit Hunt. Warum nicht? Ich traue dem Hunt das zu. Ich traue dem das zu. Mal gucken. Ich gehe mal so. Mal gucken. Glenn Durant. Alter, der hat auch so viel liegen lassen in den letzten Wochen. Gegen Steve Beaton. Von dem, was ich jetzt zuletzt von Durant gesehen habe, sage ich, Beaton macht's. Und das wäre auf jeden Fall ein dickes Ding. Aber so wie Durant jetzt spielt, wird das nix. Adrian Lewis gegen Damon Heater. Heater ist so gut drauf. Lewis. Ich würde Lewis gerne weiterkommen sehen. Aber nicht die Hertha, sondern Heater. Ich denke, er wird es machen. So, auch hier gehen wir wieder auf die 30. Nächstes Feld. Der Weltmeister. Was ist denn jetzt los? Hallo. Können wir bitte? Danke. Ja, Peter Wright. Der Weltmeister gegen West. Da sehe ich ihn natürlich vorne. Spielt auch mit einer der besten Darts zur Zeit. Auch wenn er jetzt gegen Mervyn King ausgeschieden ist. Ich denke, da war er nicht ganz koscher drauf. Clemens gegen Kurz. Gaga Clemens wird es gewinnen. Auch wenn die, glaube ich, in der Super League oder wie die heißt, diese Deutsche Liga. Da hat Kurz, glaube ich, gewonnen. Aber ich gehe mit Gaga. Sorry, Nico. Ich hätte gerne einen anderen Gegner gewünscht. Aber ich denke, Clemens wird es ausmachen. Und gegen Peter Wright spielen. Ja. Aber dazu kommen wir gleich. Ratajski gegen Joyce. Definitiv Ratajski. Der ist eiskalt am Dartboard. Zeigt wenig Emotionen. Konzentriert sich. Der macht seinen Job. Der wird das schaffen. Und Whitlock wirft 580er und geht gegen Labanauskas. Ja, als Sieger weiter. Dann gehen wir nun weiter mit James Wade. Der wird sich das nicht nehmen lassen gegen James Bailey. Da gehe ich safe mit Wade. Und Stephen Bunting gegen Andy Bolton. Ups. Bunting geht da durch. Der immer, glaube ich, mit super, super leichten Pfeilen wirft. Und mit der Apple Watch spielt, was ich sehr komisch finde. Kim Highbrechts gegen Ian White. Drücken wir mal White. Als Engländer im Alley Pally. Die Daumen auf der größten Darts-Bühne der Welt. Zum Glück mit 1000 Zuschauern wenigstens. Aber hoffentlich bleiben die auch alle gesund. So, Jeffrey Diswan gegen Ryan Searle. Ryan Searle. Ich glaube Heavy Metal. Heavy Metal Ryan Searle. Macht's. Und wird gegen White spielen. So, letztes Feld unten. 30 Schriftgröße. Genau. Und es hat nicht geklappt. Doch hat es. Okay. Gervin Price gegen Woodhouse. Das wird sich auf jeden Fall Price nach Hause holen. Wenn man das so sagen kann. Der wird gewinnen. Denke ich. Brandon Dolan gegen Dedecker. Ja, gehen wir mal mit Dolan. Zu dem Spiel kann ich auch nicht so viel sagen. Außer, dass ich denke, dass Dolan gewinnen wird. Der Satz hat sehr viel Sinn gemacht. Prusse D'Souza. Dicker Sprung. Aber in der Weltrangliste nach seinem dicken Gewinn. Und D'Souza wird's machen. Gegen Ross Smith. Der wird den Schwung der letzten Wochen auf jeden Fall mitnehmen. Ein sehr gehypter neuer Spieler. Sehr sympathisch. Finde ich auch. Aber ich glaube, die Darts-Welt hat mit ihm auch einen sehr neuen Liebling gefunden. Mervin King gegen Max Hopp. Der Maximizer wird's machen. Aber wenn Mervin King so spielt wie gegen Peter Wright und gegen Van Gerwen, dann wird's Max sauschwer haben. Also Max, streng dich an. Und dann sehen wir dich gegen D'Souza in einem Drittrunden-Match bei der WM. Van der Ford gegen Meulenkamp. Macht Van der Ford aus. So. Und weiter geht's. Ups. Ah. Oh, okay. Ich bin in den Zeilen verrutscht. Van der Ford gewinnt gegen Meulenkamp. Und Nathan Espinall gewinnt sein Spiel gegen Scott Waits. So. Kann auch mal passieren. Kann auch mal dem Besten passieren, dass man mal in der Zeile verrutscht. Daryl Gurney gegen O'Connor. Gurney auch. Leider wie Sulevic stand jetzt einer der Verlierer der Corona-Zeit. Nicht so viel gerissen. Deshalb tatsächlich eine Überraschung. Und O'Connor macht. Wobei man natürlich auch hoffen kann, dass Daryl The Super Chin pünktlich zur WM wieder eine gute Form findet. Wir werden's sehen. Und Chris Dobie gegen Jeff Smith. Dobie geht weiter. So. Weiter geht's. Wir gehen wieder nach oben. Van Gerwen gegen Evans. So langsam bekomme ich Hunger nach dem ganzen Gerede. MVG Mighty Mike Gerwen zieht weiter und spielt im Achtelfinale gegen Johnny Clayton. Ich gehe mit Clayton. Ich mache die Rechnung mit Clayton. Er wird gegen Joe Cullen gewinnen. Auch knappes Duell. 16. gegen 17. der Setzliste. Chizzi gegen Noppert. Müsste eigentlich gute Sache sein für Chizzi. Wenn er weiter so scort, wie er scort und die Doubles trifft. Oh, trifft auch gut. So. Vandenberg gegen Vatimena. Vandenberg. Definitiv. Vatimena immer für eine Überraschung gut. Aber ich denke, hier sind wir uns fast alle einig. Vandenberg, wenn er sein A-Game trifft, definitiv weiter. Smith gegen Peterson. Ich würde sagen, normalerweise Smith, aber wenn Peterson einen goldigen Tag erwischt, kann Peterson weiterkommen. Und komm, wir gehen damit. Peterson macht's. Peterson macht's. Der Bullyboy wird nicht wieder ins Finale kommen. Zumindest laut meiner Prognose. Michael Smith, dir sei es natürlich auch gegönnt. Anderson gegen Zuljowicz. Da wird Gary Anderson, denke ich, gewinnen. Wenn es dazu kommen sollte. Rob Cross gegen Adam Hunt. Cross Voltage. Wird sich das Ding holen, wenn es nach mir geht. Und Beaton gegen Heta oder Heta. Das holt sich Heta. Nochmal ein Schlückchen Wasser und dann geht's hier direkt in die untere Hälfte. Eins. So, Peter Wright gegen Gaga Clemens. Tut mir leid, Gaga, auch so sehr ich es dir wünschen würde, aber Peter Wright ist dann, denke ich, doch ein bisschen zu stark. Und ich denke, er wird bei dieser WM vor allem diesen unglaublichen Heißhunger auf die Titelverteidigung haben. Von daher tut mir leid, Gaga. Ach, die Deutschen werden leider nie verschont von den etwas einfacheren Losen. Ratajski gegen Whitlock. Da gehe ich mit Whitlock. Das, was er jetzt die letzten Wochen gemacht hat mit diesen 2080ern, glaube ich. Und auch allgemein der Squad so brutal. Der findet gerade wieder zu seinem A-Game vielleicht eines seiner besten Phasen der Karrieren. Da gehe ich mit Whitlock. Das Ding müsste er gewinnen. Aber man darf Ratajski nicht unterschätzen. Kein Disrespect. James Wade gegen Bunting. Ich denke, das ist eine Sache für Wade. Und dann haben wir Ryan Searle gegen Ian White. Für mich eine 50-50-Sache. Ian White tut sich schwer auf der großen Bühne und Ryan Searle. Bei ihm weiß man nicht, wo es noch nach oben gehen kann. Ich gehe mit Ryan Searle und ich denke, das ist eine kleine Überraschung dann zu diesem Zeitpunkt. So, wir gehen weiter. Gervin Price gegen Dolan. Das müsste sich Price im Normalfall holen. Nordirland gegen Wales. D'Souza gegen Hopp. Durch meine deutsche Fanbrille würde ich jetzt natürlich sagen, der Maximizer kommt weiter. Aber rein vom Dart-Technischen ist D'Souza natürlich einige Ränge. Fände ich sogar eine Liga-Stand jetzt über den Maximizer. Aber ich bin natürlich gerne gewollt, wenn Hopp erstens zur dritten Runde vorstößt und dann gegen D'Souza gewinnt. Da mache ich den hier mit dir, Max. Gerne, gerne. Überzeug mich bitte des Besseren. Und gewinn gegen D'Souza. Ein deutscher Halbfinale. Das wäre doch schmackhaft. D'Souza wird sich das gegen Van der Forth, denke ich, mal holen. Und dann haben wir zum Abschluss noch O'Connor gegen Dobie. Und da könnte man mit Dobie im Regulalfall gehen. Oder O'Connor. Dobie oder O'Connor. Ich gehe mit Dobie. Bauchgefühl hat jetzt entschieden. Jetzt gehen wir nach oben. Jetzt wird es richtig heiß. Denn Viertelfinales sind angesagt. Wir gehen weiter. Viertelfinale Nummer 1. MVG gegen Clayton. MVG macht's. Van Gerwen. Okay, das waren wir nicht. Okay, perfekt. Na, dann. Ich lasse es drin. Wie ich mich vertippe. Die Fehler gehören dazu. Bin auch nur ein Mensch. Weiter geht's. Nächstes Achtelfinale. Chizzy gegen Van den Berg. Wie gesagt, wie man es durch das Video, glaube ich, hinweg schon hört. Ich habe große Stücke von Van den Berg. Und ich denke, dass der das Ding holen wird. Gegen Chizzy. So, langsam geht mir die Puste aus. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Peterson gegen Anderson. Also man könnte jetzt natürlich denken, Peterson schlägt Smith an 4 und danach Anderson an 13 und geht ins Viertelfinale weiter. Und wir gehen mal weiter mit diesem Trend. Peterson geht ins Viertelfinale. Von der aktuellen Form her ist Peterson, denke ich, auch besser als Anderson. So, Cross gegen Hatter. Uh, gehen wir mit Cross. Auch so eine Bauchgefühl-Sache. Da eben Hatter sehr, sehr gut zur Zeit auf Tour ist. Peter Wright gegen Whitlock könnte ein brutales Match werden, was die Scores angeht. Und wie gesagt, ich denke, Peter Wright ist sehr, sehr hungrig auf den Titel. Auf die Titelverteidigung. Und wird, glaube ich, gegen Whitlock besonders Gas geben. Wade gegen Cyril. Wade. Okay, jetzt haben wir nochmal hier was Schönes. Und zwar, was haben wir hier? Wir haben Price gegen D'Souza. Und das könnte ein richtig großer Knall werden. Wenn Price sich aufregt und ein bisschen aus der Bahn kommt und D'Souza cool bleibt und die Herzen immer in die Kamera weitermacht, dann kommt D'Souza weiter. Dann kommt D'Souza weiter und spielt gegen Nathan Espinal sein Viertelfinale. So, jetzt sind wir... Wer kommt ins Halbfinale? Van Gerwen oder Vandenberg? Und da gehe ich mit Vandenberg in einem ganz, ganz engen Spiel. Vandenberg geht ins erste Halbfinale. Dann haben wir, verzeiht mir die ein paar Komplikationen, Peterson gegen Cross. Ich denke, das wird sich Cross dann nicht nehmen lassen und wird auch in diesem Turnier dann nach meiner Prognose sehr, sehr starken Peterson besiegen. Und dann haben wir Peter Wright, der ins Halbfinale kommen wird, nach einem Sieg über James Wade. Und sein Gegner wird sein José D'Souza. Und damit geht das Märchen von José D'Souza einfach weiter, denn der kommt ins WM-Halbfinale, laut meiner Prognose. Ah, kann man auch hier hin so schicken. So, Halbfinals. Vandenberg gegen Cross. Cross. Cross stand schon im Finale. Cross hat gewonnen. Cross hat gegen Phil Taylor gewonnen. Schafft er es nochmal? Oder wird es Vandenberg? Ich sage, Vandenberg wird es. Ich sage, Vandenberg packt es. Und wird dort auf Peter Wright treffen, der in einem unglaublich spannenden und tollen und intensiven Spiel gegen D'Souza gewinnen wird. Und am Ende des Tages gegen Vandenberg gewinnen wird und neuer, beziehungsweise alter Weltmeister wird. Peter Wright wird laut meiner Prognose, die ich hier gerade für euch gemacht habe, neuer Weltmeister, neuer alter Weltmeister. Peter Wright wird es schaffen. Ich bin überzeugt, auch wenn es gerade aussieht wie ein Männchen mit Ohren. Das soll der Pokal sein. Peter Wright wird die Nummer 1. Zumindest bei der WM. Ob es für die Weltrangliste reicht, weiß ich so aus dem Stehgreif nicht. Aber ich sage, Peter Wright wird das Ding rocken und Titelverteidiger werden. Und wie Gary Anderson auch das Double sozusagen schaffen. Mich würde es persönlich sehr, sehr freuen. Peter Wright ist mein Lieblingsspieler. Aber ich habe die Analyse nicht nach einer Fanbrille gemacht. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist ein saulanges Video, glaube ich. Und es ist kein FIFA. Es ist was ganz anderes. Es ist mal an die Darts-Fans gerichtet. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne dem Video ein Like da. Abonniert gerne kostenfrei. Schreibt gerne was in die Kommentare. Lasst uns gerne über Darts sprechen. Ich liebe Darts. Ihr liebt Darts. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Mirosha.